So, heute wird es entspannt, würde ich sagen. Wir schauen uns die Rufschädigung nach § 4 Nr. 1 und nach § 4 Nr. 2 UWG an. Und diesmal fange ich nicht mit dem großen Schema an, sondern möchte erst nochmal wieder hier hervorbringen, dass wir beim Mitbewerberschutz sind. Und wir sind jetzt hier immer noch beim Schutz des guten Rufes. Wir hatten ja gesehen die vergleichende Werbung nach § 6. UWG schützt auch den guten Ruf des Mitbewerbers. Natürlich, auch in der Werbung soll sich BMW nicht schlecht über Mercedes äußern. Das ist § 6. Diesmal schauen wir uns aber die § 4 Nr. 1 und Nr. 2 an. Und die schützen eben auch den guten Ruf des Mitbewerbers. Jetzt, wie gesagt, fange ich nicht mit dem großen Schema an, sondern ich möchte hier noch ein paar Worte zur Aktivlegitimation verlieren. Und zwar, wenn wir uns den § 4 mal anschauen. Unlauter handelt, wer die Kennzeichen Waren, Dienstleistungen und so weiter eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft. Nr. 2, wer über Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen eines Mitbewerbers Tatsachen behauptet oder verbreitet. Nr. 3, Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind. Und Nr. 4, wer einen Mitbewerber gezielt behindert. Ihr seht also, der § 4 UWG ist wirklich auf den Mitbewerberschutz zugeschnitten. Jetzt kommt natürlich die interessante Frage, ja wer ist denn wohl beim § 4 dann aktiv legitimiert nach § 8 Absatz 3 UWG? Nach § 8 Absatz 3 sind ja aktiv legitimiert die Mitbewerber, aber auch zum Beispiel diese Unternehmensverbände, die qualifizierten Verbraucherverbände und die Industrie- und Handelskammern. Aber natürlich geht es beim § 4 um den Mitbewerberschutz, sodass wir sagen müssen, dass wenn es um den § 4 geht, dann sind nur die Mitbewerber aktiv legitimiert. Und nur die Mitbewerber können einen Anspruch nach § 4 durchsetzen. Also wenn sich Pepsi-Cola über Coca-Cola herabsetzend äußert, dann kann nicht der Verbraucherverband kommen und sagen, hey, 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 das geht nicht. Nein, der Verbraucherverband ist in diesem Fall nicht aktiv legitimiert. Okay, bei dem § 4 Nummer 1 und Nummer 2, da geht die teleologische Reduktion von § 8 Absatz 3 sogar so weit, dass man sagt, dass nur der Betroffene anspruchsberechtigt ist. Also, nochmal erklärt, bei dem § 4 gehen wir davon aus, dass nur Mitbewerber diese Ansprüche gelten machen können. Bei dem § 4 Nummer 1 und Nummer 2 ist es wohl strittig, wie man hier sieht, aber ist verständlich, dass man sagt, dass nur der Betroffene anspruchsberechtigt ist. Also, wenn Pepsi-Cola sich herabsetzend über Coca-Cola äußert, dann soll nur Coca-Cola, weil nur Coca-Cola ist das betroffene Unternehmen, nur die sollen dann aktiv legitimiert sein, selbst Afri-Cola, Afri-Cola wäre ja ein Mitbewerber von Pepsi-Cola, selbst die sollen nicht aktiv legitimiert sein, sondern eben nur das betroffene Unternehmen oder nur die betroffene Person. Okay, das ist hoffentlich klar geworden und wir sind jetzt bei unserem großen Schema, wie immer bei der Unzulässigkeit und dort, ja, bei diesem zweiten Punkt, nicht bei dem ersten, sondern bei dem zweiten Punkt, nämlich § 3, 1 UWG in Verbindung mit 4 Nummer 1 oder 4 Nummer 2 UWG. Und hier möchte ich wirklich das, ja, also besser kann man es, glaube ich, nicht machen, dieses Flussdiagramm von Prof. Oli möchte ich hier einmal durchgehen. Das Flussdiagramm zu § 4 Nummer 1 und § 4 Nummer 2 UWG. Zunächst einmal schaut ihr, liegt eine Tatsachenbehauptung vor? Wenn eine Tatsachenbehauptung vorliegt, dann sind wir beim § 4 Nummer 2, weil der 4 Nummer 2 sagt, wer Tatsachen behauptet oder verbreitet. Ja, was ist denn eine Tatsache und was ist denn ein Werturteil? Und hier gilt das, was ihr auch schon bei den Grundrechten kennengelernt habt, nämlich ein Werturteil, das kann man nicht beweisen, also zum Beispiel, boah, dieser Fisch ist aber lecker, das ist subjektiv, eine andere Person mag den Fisch überhaupt nicht und Tatsachen kann man wiederum beweisen, also zum Beispiel, dieses Buch ist blau oder das Buch allgemeiner Teil des BGB ist von den Autoren Brox-Walker geschrieben, das ist eine Tatsache, das lässt sich beweisen und ist deswegen eine Tatsachenbehauptung und das fällt dann unter 4 Nummer 2. Okay, dann muss diese Tatsache geeignet sein, die geeignet ist, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen. Okay, zusätzlich muss diese Tatsachenbehauptung ja unwahr sein, sagen wir jetzt mal einfacher, die muss unwahr sein. Und hier nochmal dieser Hinweis auf den zweiten Halbsatz bedeutet, hier gibt es eine Beweislastumkehr, dazu komme ich aber auch nochmal gleich. Okay, also das ist der 4 Nummer 2, wenn eine Tatsachenbehauptung vorliegt, sind wir beim 4 Nummer 2, es gibt eine Ausnahme, nämlich die erweislich wahren Tatsachen, die fallen unter die Nummer 1, weil hier bei § 4 Nummer 2 steht, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, also wahre Tatsachen fallen unter die 4 Nummer 1. Ansonsten, alle Tatsachenbehauptungen fallen unter die 4 Nummer 2, außer die Behauptung einer wahren Tatsache, die fällt unter 4 Nummer 1. Okay, so, wir fangen wieder vorne an. Wir sind bei einer Tatsachenbehauptung. Liegt eine Tatsachenbehauptung vor? Nein, es liegt keine Tatsachenbehauptung vor, sondern es liegt ein Werturteil vor. In diesem Fall sind wir bei dem § 4 Nummer 1, wenn dieses Werturteil keine vergleichende Werbung ist, weil die vergleichende Werbung, das ist eine EU-Richtlinie, die Werberichtlinie, und die verdrängt dann den 4 Nummer 1 UWG. Okay, also bei Werturteilen sind wir bei 4 Nummer 1 UWG. Okay, dann muss eine Herabsetzung oder eine Verunglimpfung vorliegen, okay, und dann müssen wir eine Interessenabwägung vornehmen. Perfekt. Also das ist hier, ja, kann man eigentlich nicht besser machen. Hier möchte ich nochmal für die, ja, für die Experten nochmal den Rest des Flussdiagramms einblenden, nämlich, man schaut ganz zu Anfang, ob eine geschäftliche Handlung vorliegt, weil wenn eine solche nicht vorliegt, dann sind wir gar nicht im UWG, sondern wir sind im BGB und dort im Äußerungsrecht und hier 823.1 und 2, natürlich, aber auch den 824, das ist dieser Tatbestand der Kredit, ja, Kreditgefährdung, irgendwie so heißt der, irgendwie was mit Kredit, und dann gibt es noch den 1004 Analog BGB, natürlich, 1004 Analog, kennen wir. Okay, und dann, wenn aber eine geschäftliche Handlung vorliegt und sich über einen Mitbewerber geäußert wird, ja, dann sind wir hier beim 4 Nummer 1 und 2 UWG. Wenn sich aber nicht über einen Mitbewerber geäußert wird, dann sind wir, ja, ich würde dieses nur 3,1 pur wirklich weglassen, weil dann sind wir nur im BGB. Okay, perfekt. Also, nochmal erklärt. 4 Nummer 1 und 4 Nummer 2 sind dahingehend abzugrenzen, dass 4 Nummer 2, der erfasst unwahre Tatsachenbehauptung und 4 Nummer 1 erfasst Werturteile und eine Ausnahme gibt es, nämlich die herabsetzende Behauptung wahrer Tatsachen, die fällt unter die 4 Nummer 1. Okay, gut, dann der zweite Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, ist das Verhältnis von 4 Nummer 1 zu Paragraf 6 UWG. Paragraf 6 UWG beruht auf der Werberichtlinie, hatte ich schon erläutert und deswegen ist der hausgemachte Paragraf 4 Nummer 1 UWG ist gegenüber Paragraf 6 subsidiär. Also hier zum Beispiel diese Werbung von der Eurozeitschrift, sage ich jetzt mal, die vergleicht sich mit der Wirtschaftswoche, weil hier steht, fanden sie ihre letzte Wirtschaftswoche langweilig. Also hier wird sogar unmittelbare Erkennbarkeit gemacht auf diesen Mitbewerber und hier ist natürlich ein Werturteil. Finden sie das langweilig? Die Person X fand die letzte Wirtschaftswoche womöglich langweilig, aber die Person Y fand die Wirtschaftswoche mega spannend von der letzten Woche. Also das ist hier ein Werturteil, aber in diesem Fall ist nicht der 4 Nummer 1 zu prüfen, sondern ausschließlich der Paragraf 6 UWG, weil der Paragraf 6 UWG, ja, der verdrängt den 4 Nummer 1 UWG. Das solltet ihr in der Klausur natürlich erwähnen, wenn es so einen Fall gibt. Gut, damit komme ich jetzt zum Schema von der 4 Nummer 1 und in der 4 Nummer 1 steht, unlauter handelt, wer die Kennzeichen, Waren, Dienstleistung, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft. Okay, meine erste Anmerkung hier, ja, dieses Verunglimpft, das ist so ein Wort, was man ja aus dem Strafrecht noch kennt, aber ja, so im alltäglichen Sprachgebrauch wird das nicht verwendet und herabsetzen erfasst dieses Verunglimpfen. Dementsprechend müsst ihr nicht wissen, was verunglimpft heißt, sondern ihr müsst nur herabsetzen definieren können und die Herabsetzung ist definiert als die Verringerung der Wertschätzung in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise. Also das ist sogar eine Definition, die man, ja, kann man wohl improvisieren. Also müsst ihr jetzt nicht auswendig lernen, kann man auch in der Klausur improvisieren. So, dann muss natürlich ein Werturteil über einen Mitbewerber vorliegen, weil die vier UWG, die richten sich ja an die, ja, die gehen ja über den Mitbewerberschutz und hier steht ja auch eines Mitbewerbers. Okay, also wir brauchen ein Werturteil über einen Mitbewerber, dann brauchen wir eine Herabsetzung und dann noch ganz, ganz, ganz wichtig ist die Interessenabwägung, nämlich, wir sind ja hier bei Werturteilen. Werturteile sind Meinungen im Sinne des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz. Falls ihr meine Grundrechte-Reihe kennt, wisst ihr ja, dass eine Meinung ein Werturteil ist, das durch ein Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet ist und nicht dem Beweis zugänglich ist, dass es die Definition der Meinung aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz und deswegen muss die Interessenabwägung hier im Lichte von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz durchgeführt werden und hier gilt wirklich zu Recht auch der, ja, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die die Wichtigkeit von Artikel 5 Absatz 1 von der Meinungsfreiheit betont. Also, die Meinungsfreiheit ist ein super hohes Gut in Deutschland und deswegen bei dieser Interessenabwägung kann man eigentlich sagen, ja, eigentlich gewinnt grundsätzlich derjenige, der sich über den Mitbewerber halt herabsetzend äußert, außer in den Fällen, wo es wirklich nur um Schmähkritik oder Formalbeleidigungen geht. Beispiele. Die Zeitung des Konkurrenten tauge nur als Toilettenpapier. Das ist natürlich, ja, Schmähkritik, ja, Schmähkritik und deswegen in diesem Fall hat dann mal ausnahmsweise der Mitbewerber gewonnen, über den sich halt herabsetzend geäußert wurde. Oder ein zweites Beispiel. Die Influencerin bezeichnet Produkte, die von anderen Influencern beworben werden, zuerst als Bullshit und nach Abmahnung als, ja, B, Sternchen, Sternchen, Sternchen und so weiter, T. Also auch diese Fälle, das sind Formalbeleidigungen und hier ist wirklich, das ist nochmal der Satz, den wir aus der Grundrechte-Reihe kennen, wenn der Zweck lediglich in der Diffamierung der anderen Person besteht, dann ist Artikel 5 Grundgesetz sehr, sehr, sehr schwach und dann, ja, dann kann man sich auch nicht auf Artikel 5 wirklich berufen und dann gewinnt man eben in der Interessenabwägung hier bei Paragraf 4 Nummer 1 UWG. Dann die Passivlegitimation und die Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr. Okay, kommen wir dann zum 4 Nummer 2 UWG und hier lesen wir auch einmal die Norm. Unlauter handelt, wer über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind. Okay, hier seht ihr sofort, okay, hier geht es um Tatsachenbehauptung und genau, also deswegen brauchen wir erstmal eine Äußerung über einen Mitbewerber und das ist eine Tatsache. Diese Äußerung muss eine Tatsache sein. Ihr könnt das natürlich auch zusammenfassen, ne, also Tatsachenbehauptung über einen Mitbewerber, irgendwie sowas. Dann brauchen wir eine Behauptung oder Verbreitung. Hier steht ja, Tatsachen behauptet oder verbreitet. Hier, ja, müsst ihr das nicht so wirklich definieren. Also, wenn man das natürlich auf Social Media postet, dann verbreitet man das definitiv oder behauptet und verbreitet man das. Also, ja, dieser Punkt ist nicht so wichtig. Das muss halt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, wenn es irgendwie nur, ja, wenn die beiden Unternehmer in einem Raum sich gegenüberstehen und die sind beide die einzigen Personen in diesem Raum und die äußern sich halt über falsche Tatsachen, dann ist das keine Behauptung oder Verbreitung. Okay, dann brauchen wir noch die Eignung zur Unternehmens- oder Kreditschädigung. Steht hier auch irgendwo drin. Oder den Kredit des Unternehmers schädigen. Genau. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, das möchte ich nochmal hier betonen, diese Tatsachenbehauptung, die muss ja unwahr sein. Oder besser gesagt, sie muss nicht erweislich wahr sein. Und hier ist wirklich, wirklich wichtig, dass der 4 Nummer 2 hier mit diesem letzten, oder mit diesem zweiten Halbsatz, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, mit dieser negativen Formulierung, statuiert das Gesetz eine Beweislastumkehr. Das heißt, die Unwahrheit wird vermutet. Das heißt, wenn ich mich irgendwie über, sagen wir, ich bin Hotelbetreiber und ich sage über das andere Hotel, boah, das andere Hotel, da sind die Zimmer mit Schimmel befallen, dann wird vermutet, dass diese Tatsachenbehauptung, weil es ist beweisbar, ob es Schimmel in den anderen Zimmern gibt, das ist, das ist eine Tatsache. Und jetzt wird vermutet, dass das unwahr ist, das heißt, ich, also ich, der die Tatsache geäußert habe, muss beweisen, dass es jetzt in dem anderen Hotel, in den dortigen Zimmern Schimmel gibt. Das heißt, ich muss das beweisen, ich als Äußernder muss das beweisen, die Unwahrheit wird vermutet. Das ist wichtig, weil häufig ist es ja in den Klausuren so, dass es dann bei diesen Beweislastumkehrsachen, da gibt es keine Angaben zu. Und da müsst ihr in der Klausur tatsächlich nicht irgendwie erwähnen, nicht irgendwie schreiben, ja, hier fehlen Angaben zu, sondern ihr müsst in der Klausur schreiben, die Unwahrheit wird aufgrund der Beweislastumkehr, die man in dem Halbsatz 2 sehen kann, aufgrund der negativen Formulierung, wird die Unwahrheit vermutet. Und weil der Äußernde eben diese Tatsachen noch nicht bewiesen hat, ist von der Unwahrheit auszugehen. Irgendwie sowas müsst ihr dann in der Klausur schreiben. Gut, dann wie immer Passivlegitimation und Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr. Okay, und damit komme ich nochmal zu einem meiner, ja, der wichtigsten Sätze, nämlich auch von Professor Ohli, differenzieren, differenzieren, differenzieren. Und wir machen nämlich auch nochmal in einem späteren Video ein Beispiel, nämlich in dem Video zur Intermediärshaftung, da wird es auch ein Beispiel geben, nämlich da äußert sich jemand und sagt, das Bad ist verschimmelt und das Essen war miserabel. Hier müsst ihr natürlich differenzieren. Bad ist verschimmelt, das ist eine Tatsachenbehauptung, habe ich vorhin schon erläutert. Man kann beweisen, ob ein Bad verschimmelt ist oder nicht. Allerdings die Aussage, das Essen war miserabel, das ist ein Werturteil. Das Essen, was der Person X gut schmeckt, schmeckt der Person Y vielleicht überhaupt nicht. Also, das ist ein Werturteil und hier müsst ihr also differenzieren und deswegen ist das Essen, ist miserabel, weil das ein Werturteil ist, ist diese Aussage am Paragraf 4 Nummer 1 zu messen und die Tatsachenbehauptung ist nach Paragraf 4 Nummer 2 UWG zu bemessen. Und hier müsst ihr dann, ja, bei 4 Nummer 1 sagt ihr dann, hallo, Essen war miserabel, hier Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit ist ein super wichtiges Rechtsgut, ein schlechthin, ein für den Rechtsstaat schlechthin konstituierendes Verfassungsgut, irgendwie sowas könnt ihr dann schreiben, wenn ihr wollt und dann sagen, ja, hier ist diese Aussage, das Essen war miserabel, überhaupt nicht lediglich diffamierend und auch keine Formalbeleidigung oder ähnliches. Dementsprechend überwiegt hier das Informationsinteresse der Verbraucher. Aber damit könnt ihr natürlich auch immer argumentieren mit diesem Paragraf 1 UWG, mit dem Interessentrias, also Interessen der Verbraucher, der Mitbewerber und das allgemeine Interesse an einem unverfälschten Markt, die sind immer zu berücksichtigen und hier das Informationsinteresse der Verbraucher, die haben ein Interesse wie die Person X, ob ihr das Essen in dem Hotel schmeckte oder nicht. Kaum eine andere, also ich würde sagen, eine andere Ansicht, nicht vertretbar. Hier muss man wirklich zu dem Ergebnis kommen. 4 Nummer 1 ist hier zu verneinen. Bei dem verschimmelten Bart müsst ihr aber natürlich sagen, okay, 4 Nummer 2, hier gibt es die Beweislastumkehr und deswegen, ja, muss erstmal der Behauptende, muss erstmal beweisen, dass das so ist, dass diese Tatsache so wirklich vorliegt und wenn er dies nicht kann und wenn er dies nicht gemacht hat, dann müssen wir die Unwahrheit seiner Aussage, seiner Tatsachenaussage annehmen. Perfekt, das war es dann von dem heutigen Video. Also nicht so kompliziert und ich würde auch sagen, nicht so klausurrelevant. Allerdings solltet ihr das mit dieser Beweislastumkehr mal gehört haben. Genau hier die erste Frage und ja, ihr wisst, Werturteile Nummer 1, Tatsachenbehauptung Nummer 2 und Aktivlegitimation wisst ihr auch und das Verhältnis wisst ihr jetzt auch. Genau, dann könnt ihr den Kanal wie immer gerne abonnieren. Ihr könnt ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.